Die zu veräußernde 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich im Kreis Neuwied. Das im Jahr 1994 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 76 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 89.700 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH beantwortet gern Ihre Fragen. um 100 Euro auf 30.700 Euro auf 1.700 Euro. Dieauer in K. 8.3.000 Euro.